Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Greek Wars und wir spielen das wunderbare Athen und sind dabei unsere Gegner hoffentlich zu unterjochen und dabei werden wir jetzt in die nächste Runde gehen. Die Runde gehen. ist übrigens interessant, dass die Frühjahr da unten auch munter vor sich her schippern aber die Bereiche da oben müssen einfach jetzt alleine klarkommen und dort gibt es anscheinend das müssen wir uns gleich mal angucken immer noch ein kleines Reich und Makedonien ist oh, auch im Krieg mit denen ah, sehr interessant ach, nein, das sind die ah, das ist ein Tor zur Unterwelt das aufgegangen ist das ist ja mega cool das müssen wir uns gleich mal angucken Odrysien macht nichts mehr ok, da kommen jetzt Einheiten durch da können wir gleich mal gucken ob wir eventuell uns auch mit Chalkidike weiter verbunden können ok, jetzt schippern hier munter die Schiffe rum ok, neue Technologie permanente Siedlung besonders auf kürzlich eroberten Gelände benutzen Holzzäune oder ausgefeilte Mauern um Erdarbeiten als Schutz sie waren relativ einfach zu bauen da das Baumaterial leicht zugänglich war und effektiv als Schutz gegen kleinere Raubüberfälle sehr, sehr, sehr cool und wir können hoffentlich wir haben 180 Forschung wir könnten die Kavallerie erforschen wobei ich nach wie vor glaube mit 2, 2 und 4 Bewegung ist das das Letzte, was wir brauchen wenn ich ehrlich bin schließt zuerst das Nachricht noch aktiv schließt zuerst das aktive Fenster welche sollte das sein na das ist ja spannend wir haben doch hier normalerweise auch Forschung ja, hier geht's ok, da haben wir wohl einen kleinen Bug entdeckt nein, gut, alles klar also wir gucken erstmal hier weiter und der Pfadfinder Bewegungspunkte auch das halte ich für nicht so wichtig für uns es sei denn wir brauchen das als Basistechnologie für irgendetwas ja, das braucht man für Disziplin aber hier haben wir auch nicht genügend Ressourcen behält ihrem Kampfgeist trotz Verlusten au, das ist ja cool da brauchen wir allerdings wesentlich mehr Wissen für Kavallerie hatten wir also Disziplin wäre natürlich schon megamäßig mächtig muss man sagen wenn wir damit unsere Einheiten aufrüsten wow das haben wir eigentlich genug Farmen das heißt hier könnten wir die Nahrungsproduktion erhöhen und noch Farmen bauen ich glaube nicht dass wir das brauchen tatsächlich unbezwingbar als als Eigenschaft wenn die Einheit schwach ist und sich nicht bewegen kann bekommt sie ja extra Bewegungspunkte für den Rückzug ja das wollen wir eigentlich nicht gehorsam bedeutet hindert andere Staaten Einfluss auf die Stadt zu erhöhen auch nicht schlecht Philosophenschulen ich weiß nicht die Palisaden Standfestigkeit die Chancen mehrere Angriffe während einer Runde abzuwehren sind erhöht Heldentum was können wir denn noch alles hiermit machen Bedingungen Anzahl der siegreichen Schlachten neue Forschungsziele Voraussetzung okay das ist das ist nur die Freischaltung Standhaftigkeit ich weiß nicht ob das wirklich die Frage ist mehrere Sachen abzuwehren dazu müssten wir aber erst mal was freischalten dazu haben wir nicht genug Ressourcen oder sparen wir jetzt und gehen in Richtung Disziplin das müssten wir auch erst freischalten und dazu brauchen wir Wissen und ziemlich wenig Gold erstaunlicherweise aber ziemlich viel Wissen und die eine befällt ihren Kampfgeist trotz Verlust in der Front ich würde tatsächlich sagen das sollten wir als nächstes machen auf jeden Fall brauchen wir brauchen wir mehr Wissen wollt ihr mit dem König der Frieden schließen Korkyra hat als Vermittler erreicht dass das Königreich Frieden schließen wird nein ich möchte keinen Frieden schließen ich will den mit meiner Axt auf den Kopf hauen das gibt's wo gar nicht weil die Verluste zu hoch waren schade Sparta oh ja ich denke das können wir gerne machen liebe Spartaner wir haben die Verbesserung ökonomische Stadt abgeschlossen die lokalen Stadthalter sind mit der Erfüllung ihrer Forderung zufrieden sehr gut das Agmidenreich und Karien haben ihre Konföderationsvertrag aufgekündigt uuuh nachtigall ihr hört ihr trapsen na Mensch das muss ich mir doch glatt mal im Diplomatie Modus angucken Karien gehört nicht mehr dazu das heißt die hier unten sind jetzt unabhängig nicht schlecht nicht schlecht okay wie sieht sie mit unserem Freund aus immer noch nicht besonders das heißt wir können die Angriffsstärke auf 2.18 erhöhen was ist denn sein Maximum bei den Pell-Tasten tatsächlich 3 oder wir geben jetzt endlich doch mal ein bisschen aus auf 2.85 ich würde tatsächlich sagen wir machen das und geben hier mal ein ganz bisschen was aus das dauert mir tatsächlich ansonsten zu lange okay in Athen werden wir auch mal gucken dass wir weitere Einheiten bauen ich würde tatsächlich gerne Hopliten bauen aber dazu brauchen wir mehr Gold das heißt wir gehen gleich mal und schauen ob wir mehr Gold erhandeln können denn da haben wir aktuell definitiv zu wenig dann machen wir das mal direkt jetzt geht es übrigens wieder hier oben hier fällt ja in Euböa so was weg in einer Runde dann kümmern wir uns darum demnächst und die geben uns 3 Gold dann können wir das möglicherweise auch in der nächsten Runde machen und dort neue Handelsverträge schließen wir haben auch jetzt weniger Einnahmen was Stein und Kohle angeht vielleicht finden wir ja jemanden der das nochmal erhöht vielleicht können wir hier noch in Korkyra einen weiteren Handel unter die haben Steine und Eisen Kohle Stein und Eisen gibt es hier jemanden damit Eisen und Kohle Biotien die geben uns von ihrem Eisen schon zwei damit wir Truppen bauen um sie irgendwann mal zu überfallen die beschenken uns bereits Makedonien da wird der Handelsverlust mittlerweile ziemlich groß ich würde sagen wir warten hier noch eine Runde bis die Sachen ausgelaufen wir merken uns Ralkidike kriegen wir drei Gold und Euboea zwei also insgesamt fünf Gold zusammen das ist schon eine Menge also da müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde mal nachlegen okay unser Freund wird sich hier einfach mal in Athen befestigen ich denke das ist ein guter Plan er hier ja was macht er hier er soll nichts zerstören weder Brücken noch Plündern noch sonst irgendetwas ich denke auch er kann sich hier befestigen und abwarten und dann langsam vor sich hin heilen und bei ihm sieht es eigentlich ganz gut aus er hat jetzt wieder eine 4 Angriffsstärke ich denke wir sollten tatsächlich mal gucken diese Stadt hier hat aktuell zwei Produktionsstrafe zwei Prozent hier sind wir bei 30 Prozent allerdings wie gesagt ich würde gerne zuerst in die Richtung gehen mit 80 und 70 Prozent Nachschub und hier die verbindung schließen und was kann er eigentlich hier oben machen einheit bewegen unbefestigt Straße aber macht keinen Sinn befestigen einheit verkaufen auch nicht zerstören Waldroden Waldroden das könnten wir tatsächlich mal ausprobieren und einfach mal da oben dahin gehen mal gucken was es da gibt und hier können wir jetzt mal den Waldroden das bringt uns Holz und kostet uns ein wenig Stein und Gold das machen wir jetzt sehr schön du kannst dich tatsächlich mal selbst heilen das passt so unsere Galerie ja sie ist sehr loyal hat eine mehr oder wenig hohe Moral ich möchte unsere Galerie aber tatsächlich ebenfalls benutzen oben hier hinten aber um Gottes will nicht über die sie reden dass wir einmal hier hinten rumfahren und den Bereich die drei Felder hier die möchte ich dicht machen oder wir stellen sie hier hin dass wir hier im zweier Abstand unsere Einheiten hinstellen und unsere Galerie etwas im Hintergrund dass wir hier auf jeden Fall den Bereich denn ich glaube schon dass wir uns in diesem Bereich weiter ausweiten werden dass wir hier diesen Bereich zumachen das heißt die hier muss auf jeden Fall in die Werft und repariert werden wir könnten auch überlegen dass wir sie trainieren das wäre natürlich auch eine Möglichkeit was uns Gold kostet also wir müssen uns definitiv um unsere Gold Einnahmen kümmern das ist zu wenig das heißt die Einheit wird erstmal übersprungen die die Einheit kommt jetzt mit einem Siedler bitte nach hier na ich wollte gerade sagen da habe ich dich jetzt nicht lang gezogen so den Siedler laden wir nach dort aus perfekt und du machst diese Runde bitte auch erstmal nichts der Siedler wird dann danach eine Straße herunter bauen und in Brauron würde ich tatsächlich die Geburtenrate erhöhen so dann wird die Stadt ein wenig schneller ein wenig größer jetzt gucken wir mal Naxos ist okay die Städte gehören nicht zu uns hier könnten wir tatsächlich auch eine ökonomische Stadt bauen wie viel haben wir denn hier 013 ja das das könnte hier tatsächlich sogar Sinn machen die Städte nicht die Stadt ist auch groß genug hier sollte das auch Sinn machen also das müssen wir jetzt echt mal nach und nach bei den ganzen Städten machen und Krenides Neapolis und Amphipolis das schieben bei uns mal nach da oben und auch die Städte werden wir in der Geburtenstatistik verbessern so das das wahrscheinlich relativ weit unten sein Amphipolis Krenides und Neapolis da werden wir ein bisschen mehr investieren dass diese Städte schneller wachsen so jetzt würde ich gerne noch mal nach Sestos gehen und auch hier wieder Einfluss ist nicht das Problem aber Gold das fehlt und ja da müssen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Runde drum kümmern und ab geht's hier oben sieht's auch so aus als wenn der hier echt immer und immer größer und stärker wird also den müssen wir echt gut im Auge behalten da sollten wir uns gleich mal echt mal angucken mit wem der verbündet ist das müsste tatsächlich diese Achse hier vorne sein Korinth ist dran die sind da auch noch doch nicht so klein wie ich dachte aber die Hauptstadt gibt man natürlich nicht auf hat er die Stadt da jetzt ach ne Larissa ist jetzt hat er sie tatsächlich eingenommen nicht schlecht also der Thessalonische Bund da oben der kommt echt in Probleme der bekommt hier echt Probleme und ich glaube auch nicht dass das langfristig gut geht oh jetzt geht's um Kreta wer kämpft da gegen wen das müssen wir uns auch gleich mal angucken ach und das auch aber da sind wir so in der richtigen Ecke makedonien das ist ja interessant das war die runde von makedonien thessalonische Bund hier zieht einer durch das ist nicht so interessant da ziehen ein paar Einheiten hin und jetzt sind wir dran die nation achelos erhob sich als Resultat des bürgerkriegs in achaia okay wer ist das jetzt bitte achelos messenien spater messenien achelos ach sehr spannend und gegen die sind wir im krieg okay warum sollte ich denn mit denen im krieg sein da gibt es jetzt einen bürgerkrieg oh mein gott das ist ja interessant naja spannend technologie nicht nochmal fragen angebotene verträge makedonien oh stadt sichtbarkeit einheiten sichtbarkeit ei 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 okay ja soll mir recht sein wir wollt ihr was soll ich machen spinnst du nein hast du ein rad ab auflösung friedensangebot mit spater wurde zurückgewiesen ja selbstverständlich ich glaube es hackt ist ja unglaublich makedonien und athen die bieten uns wissen an ja also von was ich genug habe ist nahrung da kannst du vier von haben mal gucken was wir da machen und auch achaya möchte mehr haben die haben das können wir auch gerne machen die kommen hier unten elis auch verteidigungspakt ja ich denke wenn wir hier von der seite noch einen verbündeten haben könnte das tatsächlich gut gehen ja das her hungert ich weiß wir wollen hier auch jetzt schnell durchkommen und dann haben wir jetzt nämlich eine verbindung oh was sehen meine müden augen es ist tatsächlich nicht so dass hier nichts mehr ist das ist einfach nur noch nicht erkundet von uns es gibt hier tatsächlich eine kohlemine schaut euch das an ist das cool das heißt wir sollten hier auf jeden Fall hier oben weiter erkunden denn das könnte sich wirtschaftlich tatsächlich lohnen nicht schlecht ok jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal mit ihm hier gucken wie es in Teichos aussieht ja ich denke wir gehen jetzt dahin und gute aussichten ja angriff oh ok die guten aussichten haben doch ein wenig getrügt 50% angriffsbonus armeemoral ähm wie kann ich bei einem angriff ok ja das war jetzt die guten aussichten haben gedrückt sehr schade das heißt wir müssen hier in perintos eine einheit bauen die wir nicht bauen können weil wir hier ansonsten erst die spezialisierung ändern könnten was wir nicht machen können weil wir nicht genug gold haben wo wir wieder beim ursprünglichen problem gold sind wir wollten uns jetzt um die ja um die angangengelegenheiten kümmern um das handelsthema und das ding ist nicht ausgestanden und hier werden wir auf jeden Fall weitermachen die stadt ist denke ich mal gut verteidigt auch ohne weitere truppen wir sollten hier aber trotzdem gucken dass wir eine Palisade bauen und ich denke das werde ich hier jetzt in Auftrag geben sicher ist sicher okay das her ist uns erstmal egal denn wir kümmern uns jetzt um den Handelsvertrag wir schenken denen noch zwei Runden lang Nahrung und Gold das ist dann Gott sei Dank vorbei und da möchte ich gerne mit dir nochmal einen Handelsvertrag abschließen Ja du würdest mir gerne Wissen anbieten Wissen finde ich tatsächlich gar keine so schlechte Idee Was ist denn mit drei Wissen und einem Stein und tatsächlich auch ein Gold das sind drei vier fünf gegen sieben Nahrung Nahrung findet er gut den Vorschlag würde ich gerne unterbreiten dann sind wir immer noch massiv im Minus beim Gold das wäre jetzt minus fünf dann gucken wir mal er hat Gold Korkyra Handelsverlust zwölf Prozent Eieieieieiei Beotien hat kein Gold Argolis hat auch kein Gold Ralkidike vielleicht können wir den trotz alledem ein bisschen Gold abschwatzen sechs zu vier empfohlenes Angebot Holz Sklaven ich denke ich lege nochmal na wir machen mal fünf und ich lege einen Sklaven oben drauf unterbreiten und dann gucken wir nochmal wer noch Gold im Angebot hat hier ist mir der Handelsverlust zu groß Rodos das ist auch zufälliger Weise unser Verbündeter Holz haben wir tatsächlich ziemlich viel das heißt lasst uns mal versuchen ihm vier Gold abzuschwatzen wir geben ihm vier Nahrung dafür und zwei Holz da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt wie das Ganze ankommt ob wir da genug Nahrung dann Gold produzieren sehr schön okay er bereitet sich hier oben auch munter aus hier ist aber tatsächlich erst mal nichts interessantes die stadt ist ziemlich schwer verletzt und ziemlich stark beschädigt das ist sehr schade dass das nicht geklappt hat und wir sehen jetzt übrigens auch hier oben ganz makedonien und als einer der letzten handlungen möchte ich noch einmal in dieser folge auf unsere freunde von oibö eingehen und wir gehen mal in das diplomatie fenster und wir haben im diplomatie fenster zwei optionen einmal eine konföderation und eine föderation gründen und sie bewundern uns und wir sind ja auch schon lange im frieden und ich würde ihnen tatsächlich vorschlagen dass wir als erstes eine konföderation gründen und ich bin mir nicht sicher wie das spielmechanisch läuft ob wir dann auch noch eine föderation gründen können ich hoffe es eine konföderation heißt im prinzip dass wir den gemeinsamen außenhandel die gemeinsame diplomatie machen die staaten an sich aber noch entsprechend ja selbstständig sind und bleiben ich bin sehr gespannt was oibö hier antwortet denn ich würde mal schon behaupten dass wir uns hier relativ gut verstehen so dann schließen wir diese runde noch ab du baust bitte eine straße da unten hin ja du gehst bitte einmal darum nicht über die sirenen nein du hattest diesen siedler dabei die militäreinheit dabei verdammt so und jetzt an den sirenen vorbei du ebenfalls schön außenrum auch hier das ist das muss anscheinend mit dieser mit dieser insel zu tun haben ich fasse es nicht auch hier gibt sie sirenen das heißt dann können wir auch dann können wir auch echt hier unten durchfahren oh manno manno man wie sieht es denn hier mit einer reparatur aus das wird glaube ich automatisch gemacht ja okay dann überspringen wir die einheit mal und hier ist jetzt unser siedler drauf und den möchte ich tatsächlich nicht verlieren deswegen schicke ich den mal hier oben lang okay du bleibst bitte einmal hier stehen sehr schön du kannst dich eigentlich hier hinstellen und das wäre es für diese runde und auch für diese folge also vielen dank fürs zugucken macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao